Kamera um Kamera um Kamera. Seit der Erneuerung des Autobahnabschnitts hat es hier auf dem Nordring zum Teil alle 100 Meter reine. Allein im Gubrisch-Tunnel sind es 50. Auf der Strecke bis zur Verzweigung Zürich Nord sind es bis an sieben Kameras gewesen, neu sind es über 100. Aufgestellt hat es ins Bundesamt für Strassen Astra. In Nord-Ostschweiz hat die höhere Kamera sicher einen Pioniercharakter. Man hat sich auch für diesen Abschnitt entschieden, weil es hier ein hohes Verkehrsaufkommen hat. Man hat hier bis zu 150'000 Fahrzeuge, wo der Abschnitt jeden Tag passiert. Hier im sogenannten Ringli, der Verkehrsleitzentrale Letten in Zürich, werden die Bilder ausgewertet. Hier kommen auch alle Notrufe zu Verkehrsunfällen. Ja, der steht. Die Funktionäre bieten dann Polizei und Sanität auf und können ganze Autobahnabschnitte sperren. Die neuen Kameras sind für sie ein Sagen. Die sind wie die Augen, die sie draussen auf der Strasse haben. Und je mehr Kameras wir haben, desto schneller kann man auch intervenieren. Desto sicherer kann man auch schauen, dass es für die Leute draussen ist, für die Unfallbeteiligung der Unfalleinsatzkräfte. So kann die Polizei auch bei Stau schneller und besser reagieren. Die Kameras sind mit neuster Technik ausgestattet. Sie melden zum Teil selbstständig vor, schon bevor jemand darauf aufmerksam wird. Die neuesten Kamerarenerationen können auch selbstständig eine Sichtübung erkennen oder zum Beispiel auch ein stillstehendes Fahrzeug. Und lösen dann automatisch einen Alarm aus. Trotzdem, zur Live-Überwachung eignet sich die Kameras laut der Polizei nicht. Nummerenschilder oder Gesichter seien es nicht erkenbar. Nach 72 Stunden werden die Bilder im Normalfall wieder gelöscht. Nochmal zurück, raus und auf den Nordring. Der Ausbau der Kameras geht da nämlich noch weiter. Ganz am Schluss, wenn wir den neuen Gubrist haben, die dritte Röhre, werden das um die 343 Kameras sein, die wir für die Überwachung im Einsatz haben. Ein ähnliches System wie hier beim Nordring ist auch auf der A3 zwischen Rapperswil und Zürich geplant. Das soll dann im nächsten März eröffnet werden. Für Tele Zürich von der Überdeckung Katzensee, der Jonas Bischof.